Horst Lichter ist eines der beliebtesten TV-Gesichter im deutschen Fernsehen. Dabei fällt er nicht nur durch seine humorvolle Art auf, sondern auch durch seinen Look. Neben seiner runden Brille darf vor allem der Bart nicht fehlen. Doch hat sich Horst sein Markenzeichen etwa abrasiert? Auf dem Instagram-Kanal von Bares für Rares werden die Fans von einem neuen Foto völlig überrascht. Darauf ist Horst Lichter plötzlich komplett ohne Bart zu sehen. Horsts neuer Look ist auf dem Bild zu lesen. Moment mal, was? No way, heißt es zudem in der Caption. So dürften auch einige Fans bei diesem Anblick reagiert haben. Erst vor kurzem erweiterte Horst Lichter seinen kultigen Schnauzer zu einem Vollbart, doch diese Veränderung ist noch krasser. Der Moderator ist so ganz oben ohne kaum wiederzuerkennen. Einige User trauen dem Ganzen allerdings nicht so recht und vermuten hinter dem Schnappschuss einen April-Scherz und eine Fotomontage. April-April ist in den Kommentaren immer wieder zu lesen. Scherz mit Schrecken, schreibt ein User. Manche finden, dass Horst mit diesem Look jünger aussieht, andere sehen eine klare Ähnlichkeit mit Alfred Biolek. Die meisten Fans sind sich aber einig. Mit Bart gefällt ihnen Horst Lichter am besten. Gut. Bis zum nächsten Mal.